Musik Schlamm- und Gerölllawinen sind in den Alpen weitverbreitete Phänomene. Der Illgraben ist ein sehr aktiver Wildbach und eignet sich hervorragend, um dieses Phänomene zu beobachten. Zu diesem Zweck haben wir hier am Graben an verschiedenen Stellen Messinstrumente und Sensoren angebracht, welche Messungen uns Grundlagen liefern, um das Phänomene im Detail zu studieren. Hier, ich bin auf ein sehr speziell System, eine Balance für die Lave-Torrentie. Das bedeutet, dass wir die Fortschritte durch die Lave-Torrentie, die Fortschritte durch die Lave-Torrentie und die Fortschritte durch die Lave-Torrentie. Und dann gibt es auch die Fortschritte für die Lave-Torrentie für die Lave-Torrentie. Auf dem Schärschritte, auf der Schärzchen, die wir hier sehen, um die Lave-Torrentie, mit den Bühnen unterirdischen Fortschritte durch die Lave-Torrentie. Hier, eine zweite Kamera sieht die Lave-Torrentie, auf dem Sitz harmonies, ob ein System mit einem Schärten bochen. We have have just installed four moisture sensor study to determine how much rain fall and how the soil responds to the rain falls before we can better understand the triggering conditions for debris flows and landslides within the catchment. We're installing 3D Lidar scanners in order to collect 3D images of moving debris flows. With these scanners we can track the positions of individual boulders as they move through the channel and estimate the volume and flow depth of these flows. With these measurements and our interpretations we can start to understand the mechanisms that govern debris flow motion and hopefully predict these in the future. The data we collect at the Yilgraben are extremely useful for developing and testing simulation models which are used to develop more accurate hazard maps for the protection of people who live in villages in the Alps.